Hallo! 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 Wir sind Sonderschule! Hallo! Und ihr schaut... ...Tribal Area! Einmal zum Beispiel, unser Possornist, der jetzt seit zwei Jahren dabei ist, hat geschrieben Ich bin 16, ich habe mich beim ersten Mal in eure Mucke verliebt, ich spiele Posaune und wenn ich nicht bei euch mitmachen kann, muss ich ins WDR Showorchester Zukunftspläne sind Halligalli und Reich dabei, ne? Reich ins Heim! Reich ins Heim, genau! Wir wollten ja in Österreich letztens auf die Bühne gehen, ihr wollt Heim ins Reich, wir wollen... Reich ins Heim! Aber nachher hätte man das falsch verstanden, haben wir ihn lieber gelassen! Viele Leute sagen mir, dass ich zu blöd bin Doch wenn ich drüber nachdenk, macht das für mich keinen Sinn Wenn irgendwann dann kommt der Tag und ich habe es geschafft Wenn ich auf den Bühnen der Welt stehe und ihr noch auf dem Kombi spart Vielleicht lacht ihr mich jetzt noch raus und stellt euch in den Weg doch am Ende lach' ich, weil ich dann eure Träume leh'n 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 Und ihr könnt arbeiten gehen Denn irgendwann steh ich Katon von dir hinten an Wir werden schon sehen Dann bin ich durch und wir seid so wie immer noch am dran Tja so kann es gehen, so kann es gehen So kann es gehen, wenn so weiter geht Dann bin ich durch und wir sind so wie immer noch am dran Dann bin ich durch und wir sind so wie immer noch am dran Dann bin ich durch und wir sind so wie immer noch am dran Undサ은 ist das — wir sind so wie immer noch am dran Whoo he! So wie immer noch am dran